Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper, da sind wir wieder ausgeruht mit voller Energie und ich denke wir schauen mal nach, ob wir schon einen neuen Körper bekommen haben, müsste eigentlich sein. Nein, ist noch kein Körper da, ja umso besser, dann können wir noch ein bisschen was craften, beziehungsweise müssen wir mal herausfinden, wie das ganze geht. Das ist für den Garten, da haben wir eh noch nichts. Ich habe doch irgendwo diese Säge gelernt. Das heißt, wir müssten doch jetzt, ah da, das Sohorse bauen können. Dafür brauchen wir sieben, nein zehn Woodsticks und wir haben nur sieben. Wo kriegen wir die jetzt her? Indem wir weiter Bäume fällen oder dieses Gestrüpp, das bringt glaube ich mehr. Dann wollen wir das mal tun. Interessanterweise mit der Schaufel. Ja gut, ich stelle mir vor, man gräbt das einfach aus. Ich meine, das macht natürlich auch hier mehr Sinn. Und ja, wir bekommen natürlich dabei auch die begehrten Handwerks- und Naturpunkte, die wir brauchen, um weitere Sachen im Forschungsbaum freizuschalten. Kostet aber halt auch alles Energie, so ist das. So, bei den Bäumen würde ich mich ehrlich gesagt hier auf dem Hof noch mal zurückhalten, denn später, ich weiß nicht, ob man da, ob man die vielleicht noch gebrauchen kann, man die nachpflanzen kann oder nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen was zusammen. Können wir das ja auch wegmachen? Oh ja. Alles gut, hier oben könnte man eventuell noch Geräte hinstellen. Das ist ein guter Platz dafür. Glaube ich jetzt zumindest einfach mal. Sieht auf jeden Fall passend aus. So, und dann schauen wir jetzt mal. Jetzt können wir ein Sohorse bauen, also eine Säge. Und ja, ich würde das jetzt vielleicht in die Nähe des Holzes stellen, damit wir nicht so weit laufen müssen. Dummerweise. Tja, soll ich es hier hinstellen? Ich hoffe, dass man es später noch wieder woanders hinstellen kann. So, das ist platziert und das ist jetzt hier mit so einem Schild. Das heißt, da müssen wir noch mal Hand anlegen und Energie aufwenden für die Fertigstellung. Ein Problem. So, jetzt haben wir es. Und jetzt können wir hier was herstellen. Jetzt können wir nämlich richtiges Holz herstellen. Und zwar Wood Billets, Flitches und Wooden Gravestones. Dafür brauchen wir aber auch noch Nägel. Das heißt, wir müssen auch noch irgendwas herstellen. Oder irgendetwas bauen, wo wir Nägel dran herstellen können. Was können wir hier machen? Ein Eimer mit sauberem Wasser. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, wir gehen mal in den Forschungsbaum. So, und zwar bei Building. Ach ja, übrigens war ein Update. Man sieht jetzt hier einen wunderschönen neuen Mauscursor. Hätte ich vielleicht direkt mal zu Anfang sagen sollen. Ganz am Anfang in den ersten beiden Folgen war es noch der Standardcursor. Aber bis jetzt ist schon, sind schon drei Updates raus. Und das heißt, es läuft ganz gut. So, Firewood brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wood Processing. Da kriegen wir Wooden Planks und Wood Repair Kits. Das würde ich also schon gerne lernen. Dafür brauchen wir aber 20 von diesen, äh, körperlichen Punkten. Firewood. Chopping Place. Workbench for Wood. Ja, die brauchen wir zwingend. Ich würde sagen, wir holen uns einfach noch ein bisschen Holz. Und, oh, zum Baumfällen brauchen wir eine Technologie. Ich dachte, die hätten wir schon. Ich glaube, nur für kleine Bäume. Das sieht aus wie ein größerer Baum. Das hier könnte ein kleiner Baum sein. Oh, keine Energie mehr. Äh, dann lasst uns eben noch nachsehen, ob ein Körper da ist. Obwohl, den können wir jetzt eh nicht mehr verarbeiten, ne? So, ohne Energie ist schwierig. Ist auch keiner da. Gut. Okay, wir müssen uns definitiv hinlegen. Ohne Energie läuft hier gar nichts. Da können wir uns höchstens umsehen. Und wir haben ja auch noch nicht viel gesehen. Bisher nur mal einen kurzen Ausflug in die Stadt gemacht. Oder ins Dorf, besser gesagt. Es gibt scheinbar Dorf und Stadt. Zumindest entnehme ich das dem Gespräch mit dem Inquisitor. Der hat nämlich darüber gesprochen. Oh, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Jetzt muss ich die Aufnahme mal kurz unterbrechen. Einen Moment, bitte. So, da sind wir wieder aus dem Bett aufgestanden. Leider musste ich das nochmal wiederholen, was wir hier gemacht haben. Denn er hat nicht gespeichert, als der Crash passiert ist. Kein Problem, alles nachgeholt. Und ja, jetzt haben wir wieder Energie. Jetzt muss ich nochmal eben schauen. Äh, genau. Wir wollten ein paar von den Flitscherns. Moment, was brauchen wir jetzt eigentlich genau? Lasst uns mal kurz nachsehen. Bottle of Wine, alles klar. Papier und Tinte. Den Friedhof sollen wir machen. Und für den Friedhof brauchten wir, glaube ich, Flitsches, um die Umrandungen zu bauen. Wir stellen einfach mal eben welche her. Und dann gehen wir mal eben rüber zum Friedhof. Und vergewissern uns nicht, dass ich da jetzt einen Fehler mache. Ah, fünf Stück, nein, sechs Stück auf einmal kriegt man. Das ist gut. Das ist großzügig. Oh, und da liegt auch jetzt schon wieder ein neuer Körper. Gut. Na. Ey, jetzt hat er den Körper einfach fallen lassen. So, jetzt aber. Da wartet Gary. Autopsie, das Fleisch wollen wir haben. Und ich glaube, ihr seht das schon. Es gibt hier so viel zu tun. Also wirklich enorm viel. Dass einem hier nicht langweilig bei wird. So, Körper ablegen. Ich glaube, wir nehmen mal das Grab hier direkt nebenan. Und das auch schon mal entfernen. Solange wir Energie haben, nutzen wir den natürlich auch. So. Bisschen zur Seite. Graveside. Ah, da passt kein weiteres Grab mehr zwischen. Dann würde ich das jetzt mal hier direkt an die Seite, also direkt daneben machen. Fleißig buddeln. Minus 26 ist die Friedhofsqualität. Das müssen wir dringend verbessern. So, da ist das nächste Zertifikat. Und jetzt machen wir hier mal so ein... So eine Umrandung drum. Hoppla, falsch. Grave Fence. Ja, die müssen wir... Wo müssen wir das herstellen, Mensch? Hm. Verschönern wir das hier einfach. Da brauchen wir jetzt ein Stone Repair Kit für. Ich mach das einfach mal. Wir werden uns welche nachbauen müssen. Aber jetzt haben wir dieses Grab schon mal bei Null. Und wir können, glaube ich, auch den Grabstein noch reparieren. Der kostet auch nochmal. Oh, weah. Und da kommt der Bischof schon wieder. So, und jetzt ist das Grab relativ hübsch. Zwei. Minus 27. Wenn wir jetzt noch das hier reparieren. Das ist ja aus Holz. Wunderbar. So. Es wird doch langsam. Hallo, Bischof. Ha. Wir haben das noch nicht gefragt. Darum mach ich das jetzt mal. Tja. Ja. Reparier einfach alle Gräber. Es würde mich nicht mal eine Stunde dauern. Aber es ist ja dein Job. Na gut. Okay, gut. Das haben wir doch schon gesehen. Ähm. Wir gehen wieder. Ist jetzt eh nicht mehr genug Energie. Ich würde sagen... Einmal in die Stadt. Wir könnten schon mal Wein holen. Für Gary. Und natürlich das Begräbnis-Zertifikat abgeben. Wir müssten zwei sogar haben. Ja, zwei haben wir schon inzwischen. Das heißt... Ah ja, übrigens mit Shift kann man so schnell nach vorne dashen. Das kostet aber Energie. Äh, zwei Energie. Okay. Okay, die Pilze können wir noch nicht pflücken. Ach, schau mal, was ist da denn passiert? Irgendein Unglück. Oh, weia. Werden wir uns alles noch ansehen. Hier ist eine Kiste. Da komm ich aber nicht dran. Aber... Vielleicht ist diese Farben ja später sogar von uns bewirtschaftbar. Das wäre natürlich nicht schlecht. Da hätte ich wohl schon Lust drauf. Oh nein, da ist der Esel mit der nächsten Leiche. Ah, dann hätten wir das ja gleich mitmachen können. Wobei, nee, hätten wir nicht zu wenig Energie. Oh, ich bin falsch abgebogen. Die Taverne ist direkt hier. So. Zum toten Pferd. Hallo. Wir haben... Ähm. Wir wollen handeln. Die beiden geben wir ab. Drei Silber. Und wir nehmen direkt einen Wein mit. Ah, der hat keinen Wein. Wein brauchten wir oder bekommen wir vom... Wer weiß es noch? Vom... Vom Bischof, ne? Nee, von dem... Von dem Astrologen. Von dem war es. Na gut, dann haben wir das ja schon mal abgegeben. Äh, Letter Delivery. Ah, genau, wir müssen noch einen Brief überbringen. Zum Schmied. Südöstliche Ecke des Dorfens. Passt auf, den geben wir mal eben ab. Das ist ja nur so ein kleiner Botenjob. Das können wir schnell mal eben machen. Südöstlich. Dann wollen wir... Äh, Osten ist hier und Südlich ist hier. Oh, wir brauchen etwas, das aussieht wie eine Schmiede. Das hier ist... Okay, da ist eine Schranke. Kommen wir nicht raus oder rein? Weiß ich nicht. Tja, das hier sieht nicht aus wie die Schmiedehütte. Das auch nicht. Karte. Karte... Nee, ich glaube, hier ist es nicht. Ähm... Ach, mein Gott, ich habe südwestlich geguckt. Ich dumm Patsch. Also das... Habt ihr mit Sicherheit sofort bemerkt, dass ich hier falsch gehe. Muss ich mich ja für entschuldigen. Das ist ja peinlich. So, gucken wir erst mal, wo das Dorf zu Ende ist. Das ist definitiv kaputt. Kommt hier noch mehr? Oh Gott, da lebt ja... Wo lebt der denn drin? In der umgefallenen Riesenvase. Also das Dorf ist hier zu Ende. Aber der Schmied war nicht gesehen. Dann müssen wir nochmal zurück. Muss dann ja irgendwo hier sein. Da ist er. Das sieht ganz klar nach Schmied aus. Und der hat auch eine Sprechblase über dem Kopf. Dann kann das nur richtig sein. Hey, was starrst du denn so an? Nichts, ich schaue mich nur um. Ich, äh... Hm? Ah ja. Ich denke, ich bin der Wärter am lokalen Friedhof. Darf ich fragen, wer du bist? Unglücklicherweise bin ich der lokale Schmied. Mein Name ist Kretzwold. Ja, wir geben ihm den Brief. Kriegen wir direkt hier. Zehn. Smilies für... Ich hab einen Letter... Äh, einen Brief für dich von Horadric. Ein Brief, natürlich. Eine Minute weit weg. Und er kann nicht mal selber herkommen. Ich glaub, alte Gewohnheiten sterben nicht. Danke dir. Entschuldigung für meinen, äh... Ja, für... Für... Nagging. Wenn man jemanden nervt oder... Leicht auf die Schippe nimmt. Hm, Slimes war wieder. Horadric hat mich gefragt, äh, sie loszuwerden. Okay. Ich hab keine Zeit für diese grünen kleinen Bastarde. Vielleicht kannst du mir helfen. Okay. Nimm dieses rostige Schwert und ein Energietrank. Das Schwert ist kaputt, aber du kannst es mit einem... Whetstone mit einem Schleifstein an dem Schleifer hinter mir reparieren. Ich kann den Schleifstein behalten. Vielleicht brauchst du ihn, um deine Schaufel zu reparieren. Ah, das ist nett. Wenn du es schaffst, sie zu töten, bring mir ihre Überbleibsel und, äh... Ich werd dir ein paar Materialien erlassen. Sie sollten... Right... Right up the other side of my house. Near the puddles. Okay. Auf der anderen Seite meines Hauses war den Pools oder puddles. Vielleicht hier der Sumpf gemeint. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein Tutorial für die Energie. Das ist ja schön, dass das jetzt mal kommt, wo wir schon so viel davon verbraten haben. Ähm... Verschiedene Aktionen kosten Energie. Bauen, sammeln, kämpfen. Und kämpfen kostet nebenbei auch noch Lebensenergie, steht hier. Mit der Space-Taste können wir angreifen. Wir können unsere Lebensenergie und die Energie mit Nahrung und Tränken wieder auffrischen. Und schlafen natürlich auch. Okay. Sehr schön. Wir könnten hier unsere 10 Smilies schon einsetzen, um ihn zu fragen, wo wir Metall-Erz finden. Aber vielleicht finden wir das ja selber. Handeln können wir auch. Hier könnten wir Nägel und Metallzeugs kaufen. Ich würd das noch nicht machen. Und unsere Schaufel ist übrigens schon ziemlich kaputt. 2 Prozent. Ich glaub, die müssen wir ganz dringend schleifen. Das mach ich jetzt mal direkt, damit ich das nicht vergesse. Da, mit dem Schleifstein. Und los geht's. Oh, keine Energie mehr. Ach, herrje. Haben wir zufällig was zu essen mit dabei? Ich glaub, die müssen wir erst kochen oder zubereiten. Wie unglücklich. Und jetzt sind wir so weit weg vom... Hm. Ich hoffe, dass die Schippel da jetzt nicht drin stecken bleibt. Oh, das tut sie doch. Oh, wie krieg ich die denn da wieder raus? Ah. Das ist jetzt aber unglücklich. Hm. Meine Schippel. Wir müssen zurück. Oh, jetzt kommen die Slimes. Und ich hab keine Energie mehr. Das ist ganz schlecht. Kollege, hast du irgendwas zum Essen oder Trinken? Natürlich nicht. Wir gehen mal hinten rum. Zurück zur Taverne. Und kaufen uns eben irgendetwas, dass die Energie wieder auffrischt. Okay, das wär ja wirklich ein sehr kurzer Weg gewesen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir was kaufen müssen dafür. Könnten auch ins Bett gehen. Aber ich glaub, das ist ein bisschen weit weg. Ich möchte die Schippe da nicht alleine lassen. Handeln. So, was kostet das hier? Sauerkraut. Sehr schön. Lentils. Pumpkin. Kürbissuppe. Bringt alles plus 20. Sauerkraut bringt mehr. Kostet aber auch ein klein bisschen mehr. Es bringt genauso viel Energie, wie es in Kupfer kostet. Also, gut zu wissen. Das bringt auch Lebensenergie. Oh. Wisst ihr was? Ich kaufe einfach hier vom Sauerkraut. Nehmen wir mal drei Stück. Komm. Und müssen wir ja auch direkt einen von essen mal. Machen wir gleich zwei. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Energie. Dummerweise ist aber der... Das Schwert ist auch noch nicht in Ordnung. Damit werden wir wohl noch nicht kämpfen können. Und unsere Schaufel steckt da noch drin fest. Ei, 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 ei. Was hab ich da bloß gemacht? So. Okay. Das Ding ist fertig. Und jetzt müssen wir eben das Schwert reparieren. So, wir haben auch noch einmal Sauerkraut. Und jetzt packen wir das Schwert mal hier in unsere... Können wir das denn wohl in unsere Schnellliste packen? Brauchen wir gar nicht. Okay, so. Da ist der Schleim. Komm her. Okay. Waren das alle? Vielleicht natürlich als Tutorial erstmal sanft einsteigen. Vielleicht waren das schon alle. Ja, tatsächlich. Zwei Slimes getötet und wir kriegen drei Eisenbeschläge. Oder simple Eisenteile. Ja, äh, gute Arbeit. Hier, überhalte den Steifstein und schärfe damit deine zerbrochenen Werkzeuge. Und sie werden wie neu sein. Dankeschön. Danke, danke, danke. Verlassen. Mal eben schauen, hat er uns jetzt noch einen gegeben? Nein. Der ist aber bei 85%. Ich würde sagen, unsere anderen Werkzeuge sind noch in Ordnung. Wir haben auch einen Schleifstein oben bei uns zu Hause. Da gehen wir jetzt mal zurück. Und kümmern uns um den neuen Körper, der da ist. Und wir müssen dringend mit Miss Charm sprechen. Aber mit der können wir noch nicht sprechen. Da müssen wir erst beweisen, dass wir es wert sind, mit ihr zu sprechen. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht sollten wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir unseren Friedhof so ein bisschen in Schuss kriegen. Und wir haben auch ein paar Punkte, die wir ausgeben können. Fällt mir gerade mal ein. Was liebt man denn da vielleicht? Hier kriegen wir natürlich noch mehr Teile. Aber ich glaube, beim Bauen ist hier das hier wichtig. Damit wir die Gräber noch schöner wiederherrichten können. Wir müssen allerdings auch lernen, wie wir diese Dinger hier bauen. Da. Das müssen wir lernen. Ich würde sagen, das kommt mal zuerst. So, das können wir bestimmt beim Friedhof machen. Noch ein bisschen weiter. Da oben ging es zum Hexenhügel. Hier ist unser Hof. Kommen wir hier durch? Nein, natürlich nicht. So, ganz schön. Dichtes Gestrüpp hier. So, da ist der Schleifstein. Jetzt will ich mal eben schauen. Nee, ist okay. Da wollte ich hin. Ah, hier wird der Grabstein gemacht. Der Holzgrabstein. Aus diesem Flitsch. Und Nägel. Müssen wir nur noch lernen, wie wir Nägel herstellen. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier... ...wie die hier irgendwo sehe. Tja, wird ja wohl hier irgendwo sein. Ist noch versteckt. Wir werden es wohl irgendwie freischalten, steht hier. Also hier sind die Nägel nicht dabei. Und hier... ...auch nicht. Müssen wir entdecken noch. Okay. Dann, wie gesagt, erstmal zur Leiche. Moment. Wir gehen erst schlafen, das ist besser. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht abstürzt. Erfahrungsgemäß, wenn ich jetzt kurz wieder den Schlaf unterbreche, ist einmal Speichervorgang. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und wenn es jetzt wieder abbricht, dann können wir auf jeden Fall nochmal mit dem Schlafen wieder versuchen. Und zum Absturz selbst kann man natürlich nur sagen, Early Alpha, deswegen bitte nicht auf die Goldwaage legen. Wir spielen hier die früheste Version, die der Entwickler bereit war, überhaupt zur Verfügung zu stellen. Wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin. So. Hallo, Geri. Gut, dass das nicht schlecht wird. So. Friedhof füllt sich. Also wenn jeden Tag... Wenn jeden Tag eine Leiche kommt, dann wird es hier aber wirklich sehr schnell sehr voll sein. Oh, ich weiß nicht, ob der... Stopp. Den wollte ich eben aufsammeln. Ich weiß nicht, ob die sich auflösen, wenn man die nicht aufnimmt. Diese Tokens. So, okay. Äh, nehmen wir hier. Wir können eigentlich auch schon die nächsten machen. Ich weiß, ob es später größere Säge gibt. Oder Gräber. Doppelgräber vielleicht. Deswegen lasse ich mal diese etwas dickeren Stellen frei, wo ich sowieso keine zwei Gräber mehr hinkriege. Genau wie hier. Und dann mache ich mal hier noch. Und hier noch. Und hier noch. So. Graben wir das schon mal aus. Wir können sie auch wieder entfernen jederzeit. Das ist kein Problem. 59% hat dieser Körper. Also, nicht mehr ganz frisch. So, und jetzt ist die Energie gleich schon wieder leer. Es geht so schnell. Da reicht schon nicht mehr. Okay, gehen wir zurück. Ich kann den Stick auch nicht mehr aufnehmen. Tatsache. Ja, dann packen wir mal was in die Truhe. Passt auf. Ich glaube nicht, dass wir immer alles dabei haben müssen. Das Fleisch legen wir da rein. Und das Mehl auch. Ja, wenn wir so viele Sticks haben, nehmen wir die Energy Potion, legen wir auch hier rein. Und das Sauerkraut. So. Mushrooms. Rote Pflanze. Oh, da sind übrigens noch mehr von den Tokens. Und die scheinen nicht so ohne weiteres zu verschwinden. Auch wieder was gelernt. Gut. So, ich werde jetzt nicht den Sauerkraut essen. Hätte ich natürlich leicht machen können, aber... Dann ist das so schnell weg. Und jetzt pflücke ich... Oh ne, Pilze pflücken geht auch nicht mehr. Na, ich hoffe, man bekommt irgendwann noch ein bisschen mehr Energie. Oder dass es vielleicht einfacher wird. Ich mache wieder direkt Unterbrechung, damit es einmal gespeichert ist. Und dann würde ich sagen, nutzen wir diese Gelegenheit vielleicht einmal, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Graveyard Keeper, die ganz frühe Alpha hier bei mir, eurem Dr. Wolfserz. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Folge geht's weiter. Schönen Tag noch, dein Dr. Wolfserz. Tschüss.